Oh, Pack Opening, Black Ops 3, 100er Pack, Big Bundle. Zack. Hey, jetzt mal noch eine Kiste. Er fehlt noch 99. Was soll das? Das wird aber echt leider nicht. Da hast du noch nie so viele Kisten aufgemacht, oder? Ein Stück. Nein, aber ich hab auch schon ein paar Klub das mal gestraft gehabt. Ja, wegen von den Doppelten her. Von den Doppelten her? Es geht. Ich hab nie so viel Interesse an Multiplayer Modus gefunden. Ja, du kriegst ne Waffe. Weil ich damals halt eher die Alpen gewohnt war. Ich hab auch ein Messer. Lieber eine von den neuen Waffen haben. Das letzte Mal hat sich gemacht, da hab ich vier Waffen ausgeliebt. Also ich meine zwei oder drei Waffen, wenn ich die erste. Okay. Ja, das ist der August Back. Hey, da ist die Waffe. Ja, das ist der 11. Das ist die von Black Ops 1. Ja, krass. Die ist gut, ey. Hardcore und hab ich damit gespielt. Mega. Das ist noch was. Das ist richtig geil. Hardcore mit den Pisteln. Ja, Alter. Das ist nicht normal. Ey, Slapper. Die Locust-Hahn und Kupferstich. Nächste Spunnel öffnen. Unferno, Unferno. Ja, aber alles Unferno. Zähne haben wir schon auf. Ja, nur episch. Ach, der ist so kacke. Okay. Ja, da werden ja jede Menge Doppelte sein, da kann man doch mal Kisten gönnen, oder? Ja, klar. Du hast ja noch die Söder 580 Kryptos und kriegst da Geld, ne? Ja, es gibt nur noch Bullshit zur Zeit. Standard. Da hab ich gedacht, ja. Da hab ich gedacht, ja. Da hab ich ja die ganze Zeit Geld nie was gekauft hab. Krieg gar nichts. Ich hab da schon so viel reingesteckt, Alter. Und ich krieg immer was. Frankstein. Legendär. Alter, du kriegst die Peacekeeper. Ich fress ein Besen, Mann. Ja, geil. Boah, Alter, Alter. Leck mich, Mann. Die ist voll gut. Alter. Kann ich dich ja jetzt voll gut weghauen damit. Na. Ey, das ist doch kacke, Mann. Aber ich will die AKU haben, ey. Die ist voll gut. Boah, nee. Ja, die Peacekeeper. Jo, jetzt den Schnitzer. Das ist mein Nacken. Sorry. Da haben wir noch zwei Nacken. Nur Bullshit. Da haben wir schon drei Sachen bekommen, ja. Ich hab mal geschmeidelt. AK. 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 Ja, aber das sieht so aus wie die AK. Das ist schon verwirrend, wenn man da nicht auf den Namen achtet. Die AK gibt's ja dabei nicht. Nur die AKU. Ja, AKU. Aber die würde ich gern haben, die AKU. Mhm. Kannst du so spielen wie Black Ops 1 ist halt, ne? Ja, lässt sich so arm und frei spielen vorm Gameplay her. Alter, Mann. Das ist tot. Die ist so P, Mann. Aber halt nur ein MP. Nein, ein Sturm. Ist das Sturmgewehr? Weil damals ein MP. Glaub ich da aber ein Sturm. Guck mal. Ich meine bei Black Ops 1 war das auf jeden Fall ein MP. Ja, bei Black Ops 1 war das nicht. Ja, bei Black Ops 1 war das nicht. Ich weiß aber nicht. Nein, sie ist hier. Der hat doch ist ein MP. Ja. Sag ich doch. Oh Mann. Krass und Shit, Mann. Donnervogel. Zapdos ist das. Chicken Dinner gibt's auch drauf. Huh? Party. Gibt's auch noch Bullshit-Kisten? Ja, das ist immer so. Breaking Prestige-Strahlung. Der ein Stein. Komm schon. Noch ne Waffe. Ich krieg die Schaufel aus ner 10er-Kiste. Wir fehlen nur noch eins. Ja, fett. Alter. Nee, Alter. Wir fehlen nur noch eins. Dann hab ich alle nachvertoffen. Der fett, Digger. Scheiße, Alter. Highmaker-Verstoßtarnung. Prestige für die Highmaker. Das haben wir viele, Digger, die nicht in Waffe bekommen. Natürlich 80er-Jahre-Kopf. Shit, Dude. Du kannst ja noch Tarnung kriegen. Holz-Tarnung. XR2 schafft. Was kriegst du? Mumpitz. Mumpitz, ja. Alles nur Peanuts. Ach du der Hände. 52 haben wir noch. 5. Battery und dreckig. Boah, das ist eine bittere Kiste. Heute nach werde ich von diesem Geräusch träumen. Zuuuut. Zuuuut. Weiter, weiter. Zuuuut. Mit diesem Geräusch werde ich träumen. Mit dem Geräusch kriegst du echt viel. Zuuuut. Stau. Teppichbomber. Na und? Verschwörung. Optimiert. Zuuuut. Zuuuut. Wandfackel. Kupferstich. Ich meine nicht jedes Mal. Oh, Fett. Aber war nix. Ah, Schieber. Kupferstich. Alter Schwede. Ah, fuck. Der Stoß für die Rügel. Royal Flash. Ah, ha, okay, Soundfall. AVK Ice Tower. Go. Rekki. Das ist scheiße. Du kennst schon sowas wenn du nicht kennst. Ja, dann sieht ich es ja auch. Das ist ja scheiße. Oh, ich kann was. Alter, auf Kupferstich kriegst du ja wirklich in den Arsch geschoben. Ja, auf Kupferstich hab ich übel zu oft jetzt. Aber für viele Waffen schon gezogen. Kampfmesser-Teilung. Kalimbel wahrscheinlich auch gut. Ah, die will ich nicht haben. Die jetzt hier nicht mehr so spielen wie in Make-ups 1 für mich. Ja, klar. Ritual-Teilung für die Gulab. Ich hab voll Bock auf Shadow of Evil. Shadow of Evil. Mhm. Die werden gleich noch machen. Warte, ich kann das gar nicht mehr. Wir können auch einfach ein Ultimap spielen. Ja, dann wäre ich sehr viel. Finde ich sehr geil. Können wir noch. So. Klasse noch. Klasse noch. 28 noch, ja. Ja, dann gehen wir ja und jetzt werden. Exkursion. Für die Horde. Scheiße. Ja, genau. Widerschrat. Ja, hau ist mal. Ja. Ja. Boah. Das sieht nicht, ne? Das sieht nicht. Nein. Flammen. Das finde ich jetzt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen das zu finden. Aber ich finde es nicht so. Ja. August Sprunggeware. Wie soll ich es als Geschenk verpacken? Ja, verpacken wir bitte als Geschenk. Zack. Die muss ich aber erst aufnehmen. Die LV. Ja, die lädt sich kurz auf. Okay. Die ist aber gut. Boah, ich spiel nicht mit der. Exel-Tarnung. Siebzehn. Das Stück haben wir noch vor uns. Heimaker-Tarnung. Volles nur neu. Andere Shotgun, ey. Kampf-Messer-Tarnung. Kupferstich. Schon wieder. Eis-Tarnung. Ob-Servierung. Bullshit. 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 Jaw-Altarnung für die Keilen. Ich habe, glaube ich, mega viele Teile und doppelt gezogen mittlerweile. Die muss ich auch aufladen. Ja, das ist viel. Die muss ich auch aufladen. Ja, das ist viel. Ja, Alter, du bist der größte Lacker, den es gibt. Mann. Wie viele Waffen hast du jetzt? Fünf, ne? Ja, was hat das mit Lack zu tun, wenn man mal 100 Kisten drin öffnet? Das hat nicht relativ... Alter, Jamie hat auch gemacht und hat nur zwei Sachen rausgekriegt. Ich habe es gemacht und habe nur drei oder vier Sachen gekriegt. Schlagkrieg. Sechs. Ich habe aber auch noch nichts, im Gegensatz zu euch, ne? Ich habe kaum was von euch. Trotzdem, man hätte es ja auch doppelt kriegen können. So ist es nicht. Du hast einfach gerade voll das Pecklack. Das ist gerade das absolute Pecklack. So, nächste. Soll ich das Lack noch ausnutzen, ne? Dann hast du noch eine. Aber dann kannst du erstmal die Doppelneid durch. Ich bin mal gespannt, wie viele Doppelte du hast. Geist. Ein Wingsl. Eis. Wie viel das jetzt? Das war's. Ja, das war's. Guck mal nach dem Doppelten. Doppelte. 45 Stück. Das ist ein Fehler, du hast aufgetreten. Zeig dir das immer an. Mach nochmal. Okay, dann musst du warten. Warum muss ich dann warten? Ich weiß nicht. Ach, nein. Das ist, weil das so viele sind wahrscheinlich. Und wir kommen nicht hinterher. Was? Jetzt alle weg. Ah, das heißt beendet. Bullshit. 45 Stück ist echt. Na, haust du mal. Schwarzmarkt. Mach erst die untere. Beide. Wie, beide? Nimmst du beide. Kann man die beide nur einmal nehmen? Ja, nur einmal. Und mach so wie ich. Nein, nein, nicht öffnen. Drück back. Jetzt kannst du die. Nicht öffnen. Jetzt machst du drei Stück davon auf. Und dann zurück. Drei Stück von den normalen. Und dann eine von den seltenen. Drei Stück von den normalen. Ja, okay. Alter. Das klappt nicht, ne? Also mach ich das immer. Öffnen. Ich geh mal raus in den Rennlein rein. Keine Ahnung. Gebt eben nur mit dem Glück. Extra raus in den Rennlein. Unchillt. Jetzt hab ich alle mehr geöffnet. Aber egal. Jetzt geht's nicht mehr. Ja, ja, das geht schon. Mensch, ich hab Lack. Lack auf meiner Seite. Ne, das war's. Ne, wir ziehen ja noch eine Mega Waffe. Dann wird alles gut. Dann wird alles gut. Dann hat's ja noch. Wie viel Kryptos. Genau. Ich hab ja noch Kryptos alleine. Noch. Die ist weg, hat er gesagt. Ist weg. Ja, ja, ist weg. Jetzt kommt noch eine Waffe und dann ist alles gut. Nein. Ne. Ja. Oder willst du äh... 58 mit normaler Autos. Ne. Dann fixe die SV. So. Weiter geht's. Kupferstich für die XM-53. Nicht. Ja. In Nacht. Christi-Starnung. Hirnverlust. Den haben wir jetzt auch schon. Mit Hirnverlust. Krass, ey. Seid krass. Über sieben. Keine Ahnung, hab ich nicht gezählt, aber... Nicht schlecht. Da hast du natürlich Kack-MPs abbekommen. Wieder in Nacht. Kack-MPs. Ja, scheiß so. Verstoß-Starnung. Ja, wir haben ein paar Doppel dabei. Die Peacekeeper ist gut, Alter. Die Peacekeeper ist wirklich gut. Wenn du ziehst noch die AKU-Leuchten, dann ist alles gut. Mhm. Ja, auf jeden. Dann flippe ich raus, ey. Wenn du die kriegst, dann flippe ich raus. Und Toten im Leben. Dann kickst du ja noch die Olympia. Will ich gar nicht hauen. Ich fühl gut, Alter. Lass mal stecken. Licht-Tarnung. Boah, ganz am Anfang haben wir gefeiert nur für eine Tarnung, Alter. Und jetzt fangen wir jetzt... Wir stecken mit dir keine Waffe. Hat doch gesagt, da fliegt noch eine Waffe, oder? Und du sagst... Nö, ich hab keinen Lack mehr. Das gibt's nicht! Natürlich gibt's das! Natürlich gibt's das! Wir ziehen gleich noch eine Waffe. Die AKU ziehe ich jetzt auch noch. Pass auf! Die ist auch saustark, die Waffe. Ja, die AKU kommt jetzt noch. Safe, die muss kommen. Alter, das ist nicht wahr, Mann. Ich bin doch nur für die Waffe am Start. Na, dann zeigst du ein bisschen online. Was? Ah, Spot. Alter, ne, Mann. Furchtlich, du bist ein Reaper. Reaper-Spot. Nein, bitte. Da hab ich schon Spot gesagt. WTF? Schon Spot. So, zwei noch. Oh, da ist die Tartisch. Holschild! Ja, hier. Kannst du mir bei drei Doppels holen? Seidopple macht. Doppels eintauschen. Doppels eintauschen. Doppels eintauschen. Doppels eintauschen. Doppels eintauschen. So, jetzt muss man mal reinhauen. Und tut es nicht. Egal, du hast schon voll die gute MP abgekriegt. Okay. Was ist noch Doppelte? Guck mal. Doppelte? Ich glaube nicht, dass ich noch eine Kiste rauskriege. Ja, schade. Okay. Gar keine Doppelten, ne? Nee. Alles klar. Neue Waffen am Start. Wann neue Runden zocken, bist du ein Haus.